Das ist die Frage, was machen wir? Ich hätte halt wie gesagt gerne Raketenwerfer, das würde die Sache vereinfachen. Mit den Panzern, aber... Gut. Ich kann nicht zaubern. 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 Okay. Kümmern wir uns erst mal um die Gegner hier oben. Ich sagte um die Gegner hier oben. Und das war eure Schuld. Wartet hier. Äh, sind die alle tot? Anscheinend schon. Anscheinend schon. Nein. Nein, das ist meiner. Auch wenn du ihn schon beschädigt hast, du Penner. Weil du nicht auf ihn geschossen hast, oder? Deinen Kumpel. Auf den... den ich töten wollte, der nicht töten wollte. Aber da war vielleicht keiner mehr. Ach ja. Aber ich will mich nicht mehr aufregen wie bei Halo 1. Können bald. Würf das mal sterben. Scheiße, Panzer, die auf einmal Maschinengewehr, weil er das zugepatcht bekommen. Ohne wäre da nicht so schwer. Okay, ich bin jetzt K.O. Nein, das können wir vergessen. Auch wenn der Panzer jetzt Schrott ist. Aber der wird uns fertig machen. Jawohl. Kann man jetzt hinten dran? Nee. Kann man nicht. Eigentlich sollte... Ja gut, der ist K.O. Gut. Hätten wir das wenigstens geschafft. Scharfschützengewehre aus dem Nahkampf sind nie so gut. Oder im Nahkampf. Ich brauche unbedingt Verstärkung. Oder... Waffennachschub. Wäre das Bessere. Sollten wir auch alleine den Bock haben. Bewege dich doch nicht so, Penner. So will ich dich doch gar nicht. Ach, das ist ein Kumpel. Cool. Da, da ist Verstärkung. Alles klar, Leute. Hilft mir mal. So gebe ich mir die Waffe. Danke. Was stimmt mit der nicht? Hm. Was stimmt mit der nicht? Ich habe nicht genug Munition für die. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ach, jetzt hier rein. Okay, gut. Dann hätten wir das doch geschafft. Alles klar. Was für ein Termin, ne? Er ist wahrscheinlich wieder der Halo Channel. Da, wo der ist und drückte trotzdem. Nein, nicht auf YouTube, Mann. Leute. Was macht der denn? Da, der wird man ja ganz nervös, dass die Aufnahme dann hinter ihm im Arsch ist, weil da irgendwas gesperrt ist, nicht aufgenommen werden konnte. Oh, oh. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Ja, sehe ich. Ich weiß nicht, ob ich da helfen kann. Das Ding marschiert ja einfach durch, als wäre es ein riesiger Roboter. Liegt vielleicht daran, dass er ein riesiger Roboter ist. Aber das habe ich nicht gesagt und das habt ihr auch nicht von mir. Das würde ich nie behaupten, dass das ein riesiger Roboter ist. Wie kommt denn denn da ruf? Äh, ja. Ach, komm. Das ist aber auch nur zweimal so, äh, zwei Munitionen. Das ist ja so eine Techno-Version von dem Soundtrack, oder? Gefühlt schon. Aber besser als nichts. Da kommt auf jeden Fall das Ding. Ach, Mann. Das sind die Gegner auf jeden Fall aufhalten. Die da drauf sind. Oder drauf springen und dann... Müssen wir drauf springen? Ich versuch's einfach mal. Vielleicht kann ich's ja so aufhalten. Ich bin auf dem Riesen-Roboter. Wir haben auch verdammt viele Soldaten hier. Muss ich schon gestehen. Können sich sogar kurzzeitig unsichtbar machen. Ja, kommt jetzt nicht weiter. War wahrscheinlich eher ein Bug. Kommt, wird das auch sterben? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Genau so, ihr Schweine. Lauft! Die kommen nicht weit, Sergeant. Holt den Chief raus und zurück zur In-Amber-Clan. Roger, Mann. Status. Sir, der Prophet will abhauen. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke zwei Proma für Abfangmanöver. Raumriss gleich vor dem Bug des Ziels. Es wird gleich springen. Innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht. Grünes Licht für Angriff. Schneller, näher randach. Ma'am, ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren. Wir dürfen es nicht verlieren. Das wird doch bestimmt die Mutteiler-Bomben, oder? Oh, ja. Wir haben einfach so viel zerstört. Unglaublich. Das gibt Drache. Dafür darf ich sie uns angreifen, die Schweinehunde. Schweinehunde. Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gebt doch genug Zähne. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter bebrauchen. Die? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt. Und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grumps. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Bin nicht ins Gefängnis ist so geröst. Was er doch Angst vor, wenn ich nicht gerne nehmibe. Entweder ist bisschen mehr Macht, ich eigentlichём nicht gut. Das betone ist wirklich oder wichtig, was weiß ich nicht. Yeshe, wir gehen nicht mit ihm vor. �� Krankgewippe Geflügel? Edle Propheten der Wahrheit und Gnade. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger. Der Grand-Aufstand. Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren. Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war Ihr Fehler und Sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass Sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären Sie Gebieter, Sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor Ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen die einen Eib. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eib brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Lügen. Wir werden Sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht Ihnen. Das Mahl verwirkt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich. Ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Anführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Flieger, kraftbereit machen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik